Ich fühle mich viel besser in diesem Suit, selbst wenn es nicht meine ist. So, quer fällt einen schräg. Aber du hast es geschafft. Dann fragen wir uns mal hier nach Champagne durch, oder? Du weißt doch bestimmt, wo sie ist. Ah, sag ich da. Die Leute sagen, dass Champagne mit zwei Hunden im Fischerdorf lebt, und zwar in einer Hütte auf einem Boot. Okay, was die Leute nicht sagen. Was ist los? Was ist los? Du bist okay, Herr? Es wird wiederkommen. Ich werde... Ich werde sterben. Was ist passiert? Die Lohen der Todes kam zu mir vor Nacht. Ich weiß, dass es wiederkommen wird. Hm? Wir beginnen mit dem Beginn. Mein Name ist Sherlock Holmes. Kannst du mich beschreiben, die letzte Nacht für mich? Uh... Ich bin Cole Seabrook. Es war meine Mutter Brigitte. Sie kam zu mir in der Form von einem großen Blatt-Röster. Bevor das... Sie kam zu mir vor. 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 Interessant. Ich weiß, wie es aussieht für einen Outsider ist. Aber es war die Lohen der Todes. Und es war nicht mit mir. Sie erwähnt, eine Lohen. Was ist das genau? Sie sind nur ein Gott. Aber es gibt viele, und wir nennen sie Lohen. Und meine Mutter Brigitte ist eine von ihnen. Sie ist die Lohen der Todes und der Leben. Sie schützt die Righte und schützt die Gründe. Sie fühlst du nichts, außerhalb der Angst vor der Nacht? Ja. Die Signale der Mammons Presence, keine Ahnung. Alles wurde blöd, und mein Mund war kalt. Und das Licht wurde sehr blöd. Das ist etwas. Okay, das ist Champagne. Da kommen wir später hin. Ähm... Halt! Halt! Es gibt zu viele Imprints hier. Es ist schwer zu sagen, wo er oder nicht ging. Oh. Wir haben einen schädigten Freund in dem Fall. Beschädigtes Holz. Boot hat ein Leck. Duztropfen. Kleiner Riss. Das alles finden wir hier um die Ecke? Oh doch. Handabdruck. Person ist gekrochen. Und zwar zum Wasser. Unregelmäßig. Unregelmäßig. Getaumelt. Da. Pass es mal Gas. Dann ist es auch nicht. Ach das. Das war das. Das war es. Ja. Ja. Das war's. Das war's. Cool. Kann ja nicht jeder schwarze Tee mögen. Also ich mag schwarzen Tee. Was war das? Was war das für Geräusch? Zu gleichen Teilen mischen. Goldrote, Erdbeerblätter, Jasminblüten. Ja, deswegen ist schlechtes Wässer. Hat sein Gemüse nicht aufgegessen. Dieser ist fast odonisch. Ich denke mal, der hat halluziniert. Ein Riesenhuhn. Ja, ich glaube nicht. El Polo Diablo. So, ein anderes haben wir da noch nicht. Könnte ich dir eine Frage fragen? Ich habe darüber gehört. Lass mich dir sagen. Aus dem Gebiet raus. Uns fehlt noch eins und noch eins. Wir gucken mal, wie weit wir... Laufen. Okay, hier geht's raus. Dann gucken wir mal hier hinten hoch. Okay, da kommen wir später hin. Gute Nacht, Flo. Bis später. Und fahr vorsichtig. Ja, 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 ja. Oder zählt es damit dazu? Wir fliegen da um jedenfalls nicht raus. Sir? Ich muss mich fragen, hast du eine Mauer zu haben? Nein, Sir. Ich habe eine Sip. Es ist alles passiert, bevor ich zu Hause bin. und ich trinke nur, um zu Hause zu fallen. Das ist nur so, wie es heute ist. Dein Boot ist verletzt. Was ist passiert? Ich... ...stumpte über eine Cyprus-Route. Du brauchst etwas Kraft, um diese Dämmung zu verletzen. Ja. Und um wirklich zufrieden auf deinem Blick zu sein. Hilft aber nicht weiter. Ja. Komm, ich will hier hoch. Ich will hier hoch. Oh. Ah. Ja, Elbvoller Diablo. Ich glaube, es fehlt noch was. Der Vogel ist hier gegengeflogen. Das ist Fakt. Das können wir aber nicht verändern. Ja. 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 Oh. Mit William in Shreveport? Ist da draußen irgendwas? Das sind alles bloß Hinweise. Aber irgendwas fehlt noch. Eine Feder. Ist vielleicht doch ein Huhn gekommen? Klingt plausibel. Klingt sehr plausibel. Sir? Kohl. Ich bin sicher, dass du alleine warst. Die Lohen waren nicht mit dir. Na, was kannst du sagen? Ich habe nicht gesagt, dass ich dich verliebt habe. Ich frage mich über diese Recipe. Es ist nur Herbal-Tea. Ich ging mit Mr. Sam-Din, und er hat mir die Recipe geholfen, um mich zu helfen. Ist er ein Doktor? Er ist ein Voodooist. Es war riskierbar, aber alles, was ich wollte, war etwas Sleep. Wo kann ich ihn finden? Auf der Seite der Kirche, an einer der Entranken, in der Fischerns-Korne. Schau mal ein Ve-Ve-Sign. Aber schau, was du sagst. Er hat die Macht des Voodooist. Ich bin sicher. Die Macht des Voodooist. Ei, ei, ei. Jetzt wird es aber spannend. Da werden wir aber gleich weiter hin. Ich frage ihn mal, ob er etwas kennt. Ich habe darüber gehört. Lass mich dir sagen. Die Einheimischen scheinen von Mr. Sam-Din viel zu halten. Wenn gleich sie ihn als etwas wunderlich beschreiben. Er hilft den Menschen bei gesundheitlichen Problemen, erteilt ihnen Ratschläge und wird zum Schlichten von Streitigkeiten aufgesucht. Er soll sogar imstande sein Flüge aufzuheben. Okay. Bei der Kirche? Im Eingang oder so. Wahrscheinlich hier. Na, Mr. Samedi? Nein. Hier. Nein. Hier. Wer hat der Mr. Holmes? Ich wusste, sie würden skeptisch sein, wenn sie von Voodoo hören. Die Welt ist jedoch nicht so, wie sie zu sein scheint. Ehrlich gesagt überrascht es mich, dass sie trotz ihrer Erlebnisse auf Reisen immer noch ein Zweifler sind. Ich bedauere es nicht, hier sein zu können, wenn sie meinen Besuch abstatten. Ich würde ihnen nur allzu gern die Augen öffnen. Ich nehme an, sie wüssten gern mehr über das Rezept, das sie in Kohls Hütte gefunden haben. Im Wissen um die Tragödie, die ihn ereilt hat, habe ich ihm geraten, einen Kräutersud zu kochen. Die Kräuter meines Rezepts haben eine aufheiternde und beruhigende Wirkung. Falls Sie mir nicht glauben, lesen Sie das Buch, das hier liegt. Es enthält die Antworten auf Ihre Fragen. Mögen die Geister mit Ihnen sein, Mr. Holmes, Samedi. PS, bitte bringen Sie das Buch zurück, sobald Sie darin Ihre Antworten gefunden haben. Manche Bücher können großen Schaden anrichten, wenn Sie in die falschen Hände geraten. Okay, ähm, das ist jetzt unerwartet. In seinem Brief schlug mir Mr. Samedi vor, einen Blick in sein Buch zu werfen, das womöglich Antworten für mich enthält oder bereithält. Ein dickes altes Buch mit zahlreichen Informationen über Riten, Geister und Symbole. Ein großer Teil des Buches ist zu den verschiedenen Kräutern gewidmet, deren Aussehen und Eigenschaften beschrieben werden. Okay. Und jetzt? Habe ich erstmal nix. Oh, 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 oh. Tocqueville? Lafayette! Habe ich? 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 Habe ich nicht. Habe ich? Habe ich? Habe ich eine wertvolle Schaden von einem wunderschönes Mann aus. Habe ich? Habe ich? Habe ich? Habe ich alles. Habe ich dir, für frei. Habe ich, für frei. Habe ich. Habe ich. Habe ich... ein, zwei Wochen, vorhin? Habe ich ein paar Schaden. Habe ich ihm ein paar Schaden. Und dieser Habe ich? Habe ich? Habe ich ihn nicht. Habe ich nur, dass er aus der Franchischen Quartier. Habe ich dich da. Habe ich mich. Habe ich eine Bote? Habe ich ihn aus. Habe ich ihn aus. Habe ich ihn aus. Habe ich ihn aus. Oder eine Bote. Du weißt was. Danke für die Offen und die Hilfe. Okay, das kriegen wir raus. Denn... Wo ist ein... Da. Wir haben zwei Leute im französischen Viertel. Arnissen und Carter. Wenn, das ist einer von den beiden. Wer verbirgt sich hinter A? Danke. Wohltätern. Weil da ist... Können wir lesen, ne? Arnissen ist A. Ist zu einfach. Bei A an dem Telegram, das wir im Institut schwarzes Edelweiß gefunden haben und den Edelstein erwähnt wurden, dürfte es sich um E. Arnissen aus dem französischen Viertel handeln. Sehr gut. Nice. So, komm mal. Ah. Ah, vielleicht kennt sie ihn ja. Ich frag sie mal gleich. Das ist doch eine schöne Runde. Wie, wie. Ein paar Brocken. Wie. Wie. Ein paar Brocken. So. Wie. 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 machen. Du kannst ihn nicht mehr. Wie. 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 Achso, können wir nicht mehr zurück. Oh, oh, oh. Die Frage ist, gucken wir noch mal? Wir gucken uns noch mal schnell um hier. Im Vorwahrfahren. Oh, oh, oh. Nichts weiter. Warte mal, hier? Gesucht. Harald the Dr. Gaussler. Wegen Gefängnis Einbruchs, um gleichgesinnte Kollegen zu treffen. Belohnung 10 Dollar und ein schicker Hut. Gute Nacht, schlaf gut. Das ist ein strange way with words. Frankly, we have more pressing matters. I'm not going after these troublemakers, but the posters will add nicely to my collection of criminal profiles. I read a study that suggests facial features can determine a person's tendency towards cruelty or deviant behavior. Well, you can't stop progress. Ah, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen die Plakate finden. Das wird kompliziert. Bam, 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 bam. May I ask you something? Don't be angry, Mr. But I don't know. But I don't know. Da drüben. Belohnung 10.000. Boah. Was ist denn mit dem Hund hier? Ich glaube, da ist irgendwas drin. Wenn ihr was seht, was ich übersehe, dann sagt Bescheid. Wir suchen jetzt Verbrecherplakate. Acht haben wir von zehn. Können überall sein. Noch sieben. Mal gucken, ob wir die alle finden. Noch sechs. Noch fünf. Jennifer Widow Pritchett. So, hier ist war abgebogen, okay. Alles akribisch absuchen. Achso. Ich dachte, das sind gang. Den halten wir noch nicht. Da ist noch eins. Haben wir noch vier. Nee, das ist keins. 20 Orangen und ein Brotel Nüsse. Okay. Okay, wieder zurück. Schlimme sind hier die ganzen vielen Gassen. Da kannst du ja überall alles verstecken. Sicher alles dreimal, viermal ablaufen. Okay. Warte mal, wenn wir hier gleich hinten an der Ecke sind. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwas hier an dem Gebäude ist, weil die, die, das ist leider eben halt so karg, ne? Vielleicht hängt hier irgendwas dran. Da unten an der Tafel wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Aber die Idee war gut. Ich glaube, weil ich hier schon geguckt habe, ne? Watson, hilf doch mal mit. Da drüben ist so eins. Wegen Totenbeschwörung. Okay. Draakon, the Grim Reaper. Wir müssen wieder durch Chinatown durch. Wegen Piraterie. Gewichtes gesucht in Gold. Wow. Ah, ich dachte, hier hat sie was versteckt. Das wär's ja. Weil die Katzen. Ruhe. So, hier waren wir auch schon drin. Einen haben wir, glaube ich, noch. Wenn ich mich nicht irre. Die Frage ist, wo? Die Frage ist, wo? Die Frage ist, wo? Die Frage ist, wo? Ich brauche nicht an der Litfaßsäule. Wo könnte denn noch eine sein? Ich glaube, uns fehlt nur noch eins. Ein einzelnes Ding. Hast du noch eine Idee, wo ich jetzt finde hier? Okay, also gibt es dazu keine Hilfe. Könnte denn noch sowas hängen? An der Polizeiwagen nicht. Wäre aber eine lukrative Location. Du würdest jener erreichen. An der Polizei dann einfach mal die Gesuchtplakate dran klappen. An das Gehäuse hier vom Fahrzeug. Ich bin so gespannt, die dann nachher anzuziehen. Mann, 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 Mann. Keine Ahnung, warum ich in die Richtung laufe. Ich muss doch mit der Droschke fahren. Ich glaube, wir haben alles gefunden hier. Also zumindest das Offensichtliche. Okay, vierte Kapitel ist abgeschlossen. Armesons Haus. Solche Schatten. Du weißt, Watson, die Opulente Mansions und Stifling Heat erinnern mich von meinem Zeitpunkt in der Mediterranien. Cordona ist ziemlich magisch. Du denkst, dass du immer wieder zurückkommst? Ich weiß nicht. Das Ort war ein paar meiner größten Erinnerungen und ein paar meiner Schmerzen Erinnerungen. Ist das mit dir familiar? Ich bin sehr hart. Aber ja, ich helfe dir. Okay. Er wohnt in einem großen Harrenhaus, das ein großer Eingangsturm mit Bisons verziert ist. Ja, ist ein Harrenhaus. Ist hier ein Bison dran? Ja. Ach, guck mal hier. Die Bakers. Die Bakers. Das ist wie so ein Vorort hier. Das ist schon kultig. Ich hatte ja fast gesagt, hier, weil es so schön ist. Da sind keine Bisons dran. Auch keine Bisons dran. Hm, vielleicht die da. Ich guck mich trotzdem erst noch mal um. Guck mal, hier ist doch nicht... Hier sind auch Bisons dran. Hallo. Lord, helf mir. Was los? Excuse me, Miss. Are you alright? What is your name? Eula, Sir. Waiting for someone, Eula? Yes, Sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Been five days now, aus dem ich von ihm gehört. Komm jetzt, warum all die Tears? Something happened to Davy. Ich fühle es in meinen Häusern. Du denkst, dass er die Prämisse hat? Nein, Herr. Davy, er ist nicht wie du und ich. Er ist smart in ein paar Weise, aber er kann nicht sprechen, nicht ein Wort. Er ist pure. Er ist kind. Wir schauen für deinen Bruder. Eine Presumme, dass diese Garten ist. Ist da irgendein Weg? Es gibt eine andere Entrance durch die Staple, die du probierst. Das ist, wo ich normalerweise mit Davy zu treffen, aber ich konnte nicht in. Sieh, ich konnte nicht den Schlüssel finden. Es war nicht in seinem üblichen Ort. Bitte, schnell, Herr. Find ihn für mich. Der Effekt ist wirklich gut. Fünf, die Schwelle ist grauend. Das mit den Kapiteln, Mann. Haben sie richtig gut gemacht. Na klar, mach auf. Okay, ich kann schon rum wie ich. Kann ich mich jetzt so umziehen? Ja, ich kann. Zeig mal hier, was haben wir denn? Ui. Okay, das ist die violette Beste. Ey, ey, ey. Okay. Okay. So. So. Das ist wohl so. Wir wollen sein Gesicht sehen. Was haben wir denn hier? Was ist mit Davy passiert? Wir wissen es doch nicht. Äh, abgesehen vom Großen Eingangstour ist das Anwesen dort eurer nur über den Stalleingang zugänglich. Aber ich gucke trotzdem erstmal hier rum. Vielleicht kennt ja ein Nachbar. Irgendwas. Ach, ein Besen. Hätte jemand ein Besen liegen lassen. Hat der alte Hexenmeister. Geölt, Schmutzspuren. Oft benutzt. Solide von den abgeschlossenen. Schwer mit Staub bedeckt. Schade. Aber hier ist noch einer. Liegt hier schon lange. Die Blumen. Na klar. Abgeknifte Stängel, abgebrochener Rand. Das ist schon ein paar Mal runtergefallen. Ich hab ihn. Das muss sein. Das muss sein, die Stabler zu den Stabeln sein. Das Tier hat schon lange verletzt. Es ist verletzt, Holmes. Without Wasser wird es sterben. Wie kriegen wir denn Wasser? Ich will das Pferd retten. Ich glaube, das kriegen wir vom Grundstück. Also ich will unbedingt dem Pferd helfen. Ich hoffe, ich darf das. Ich sollte mal vorher speichern. Was? Hier Wasser drin gewesen? Nee, ne? Da wusste alles fast. Hilfe dem verdursteten Pferd. Vollkommen optional. Aber genau das Richtige. Ja, ein bisschen feiner, ne? Ja. Ja, da freut er sich. Er oder sie? Ich würde sagen sie. Okay, gut. So, ich lasse mal hier rein, ne? Näääää. Ja, 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 ja. Schön alles so in die Lupe nehmen. Oh, Zinn! Ich dachte gerade, da steht jemand. Oh, schlecht gefliegt hier. Ich sehe dich, Mittelfinger. Leichte Vertiefung, Handabdruck. Luxurious shoes, size 9. Boots, size 10. Das ist ein Affe. Das ist ein Affe. Oh. Oh. Judy. Da. Wartet für eine Weile, okay, Blutsverlust. Na? Da hat wohl jemand Hunger. Guck, guck. Der hat Glück, dass er nicht schwimmen kann, doch. Stimmt, ich hab ein Pferd. Das Pferd heißt nicht Pferd, weil es fährt, sondern weil es löft, ne? Das Pferd ist ein Pferd. Der Größe von 10. Die Onderung waren schäuert. Der Größe von 10. Die Heels sind in der Boden. Hier, Doktor. Die zwei Pferdung waren von der gleiche Person, aber sie waren sehr tief. Was hast du? Tja, da hat jemand was weggetragen, würde ich mal behaupten. Ei, ei, ei... Ei, 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 ei... Nicht gut, nicht gut, nicht gut.